moin moin schizos ja die meisten von euch die haben es ja schon gesehen in der aktuellsten ausgabe von risk no fun die sechste ausgabe da habe ich ja eine challenge gehabt in der ich zu stürmling essen musste ich möchte jetzt hier in diesem video das ganze noch einmal einzeln präsentieren für alle die vielleicht keine lust haben auf die gesamte folge von risk no fun und sagen ich will aber diese einzelne challenge die würde ich gerne sehen dann ist das jetzt hier eure chance eure möglichkeit also jetzt nur die challenge von sur streaming essen was ist überhaupt nur risk no fun vielleicht das noch einmal vorweg erzählt es gibt eine rubrik hier auf meinem kanal die nennt sich nur risk no fun in der ich immer fünf crazy challenges absolvieren muss und davon muss ich drei aufgaben bestehen und wenn ich das nicht schaffe dann werde ich am ende bestraft so das ganze kommt immer in unregelmäßigen abständen so ja einmal im monat vielleicht eine folge davon so in etwa einmal daumen so und das ist also jetzt ein auszug aus dieser folge hier für euch wie ich den zur strömung eventuell gegessen habe oder auch nicht schauen wir mal los geht's so schießen pass auf jetzt haben wir etwas vor das habt ihr vielleicht schon auf den einen oder anderen youtube video sehen können und zwar gibt es ja diesen schwenke fisch diesen schwedischen stinke fisch der hört auf den namen zu strömen und wenn man den versucht zu essen dann übergeben sich schon die meisten es geht meistens schon damit los wenn man die dose anschraubt also öffnet und da kommt schon für die erste gaswolke raus dann ist meistens bei den meisten leuten schon vorbei ich zeige euch mal einen kleinen kurzen zusammenschnitt von ein paar anderen videos die das ganze mal ausprobiert haben auch fn Pero ja Hach! 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 Oh! Err! Hach! Ah! Oh. 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 What? Oh. Lass mich! Okay. Ja, hier ist der Fisch drinne und ich kann ihn ja schon einmal rausholen. Der Zoll hat das Ganze schon geöffnet gehabt, hatte das Ganze schon kontrolliert gehabt. Das Ganze kommt aus Schweden und ist hochexplosiv. So, das ist kein Spaß. Man darf diese Dose tatsächlich auch auf Flügen nicht transportieren. Das Ganze darf nicht mit im Flugzeug sein, weil, vielleicht kann man es ein bisschen sehen, diese Dose wölbt sich leicht nach oben und das ist jetzt nicht normal, sondern das ist wirklich, weil da drinne ordentlich Druck ist, da haben sich Gase gebildet, weil das ein gambiger, eingelegter Fisch ist. Und ich blende euch mal ganz kurz den Text ein, was auf Wikipedia steht, wenn man mal diesen Fisch dort eingibt. Da steht nämlich folgendes. Surströming ist eine schwedische Fischspeise, die durch Säuerung konserviert wird. Sie riecht intensiv, faulig und stinkend. Und wenn wir mal weiter runter scrollen, steht da, in Deutschland verspritzt zu Weihnachten 1981 eine Mieterin absichtlich im Treppenhaus und im Garten Surströming Brühe. Ihr Mietvertrag wurde fristlos gekündigt. Das Landgericht Köln bestätigte die Kündigung, nachdem in der mündlichen Verhandlung eine Dose Surströming geöffnet worden war. Ja, ganz, ganz leckere Delikatesse. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt, wie ich darauf reagieren werde. Wir arbeiten auch hier jetzt wieder mit zwei Kameras, damit wir nämlich auch sehen, ob mein Vater das Ganze aushält. Er sagt, er schafft es locker. Denn diese Aufgabe besteht aus zwei Aufgaben. Nämlich einmal, sobald die Dose das kleinste Loch drin hat, Gas ausströmt, ab da gilt die erste Aufgabe, ich darf mich nicht übergeben. Das ist die erste Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist, ich muss in der Größe eines Teelöffels, also ein Stück, was auf einen Teelöffel passt, das muss ich wirklich essen und runterschlucken. Und nicht nur rein in den Mund runterschlucken, sondern auch laut Regelwerk muss ich mindestens fünfmal draufkauen, bevor ich es runterschlucke. Das ist die zweite Aufgabe. So. Und hier gilt, eine Aufgabe muss ich mindestens davon schaffen. Wenn ich eins nicht einhalte, dann ist egal. Ich kann das Ganze so nicht machen, ne? Ich gehe mal so mit meinen Klamotten und so weiter und so fort. Es ist schon alles sehr bestialisch. Es ist quasi das Vortor zur Hölle. Und dementsprechend werde ich mich nochmal ein bisschen rüsten. Bis gleich. So. Okay. Also ich bin jetzt in voller Montur. Ich habe mich hier ein bisschen geschützt, damit das nicht so auf die Klamotten spritzt. Handschuhe, ist klar. Naja. Und das erklärt sich gleich von alleine, was hier nämlich passieren wird. So. Los geht es. Ich nehme Platz ein. Ja. Ich mache das hier schon mal vorsichtshalber auf. Denn es könnte gut sein, dass man nachspülen muss. So. Dann, Freunde. Ja, die guten Tischmanieren, die dürfen natürlich nicht ausbleiben. Ich weiß nicht, können wir das hier irgendwie... Ich lege es hier vor mir hin. So. Ich lege es hier vor mir hin. So. Okay. So. Und nun werde ich mich hier an der Dose versuchen. Und den ersten anschauen. Ausstich machen. Ja. Los geht's. Und... Warte. Gucken. Ja. Achtung. Und... Das erinnert mich an verfaulte Eier damals. Ich hatte Hühner. Und wenn wir zu lange unter dem Blutlicht waren. Und da drin war gar kein Küken. Da kam er so... Ups. Da fallen mir schon Höhren ab. Die haben auch keinen Bock mehr. So. Gießt du schon was? Nein? Es hat auch nur kurz gezischt. Boah. Okay. Ah. Also es ist auf jeden Fall ekelhaft. Ich sag mal... Vom Riechen her würde ich es vielleicht jetzt eigentlich noch aushalten. Ich muss aber dazu sagen, ich habe heute noch nichts gegessen. Wenn ich jetzt davon ein Stück im Mund nehme, dann kotze ich so definitiv. Ich habe hier Gabel und Löffel. Es muss ja wie gesagt die Größe des Teelöffels haben. Und ja. Ich nehme jetzt mal so einen Stück Fisch hier hoch. Boah. Ist schon extrem widerlich. Es riecht echt wie so richtig verfaulte Eier. Wo dann schon das Eigelb grün ist. So sieht es aus. Da unten hängen auch schon Gedärme oder sowas dran. Oder so Innereien. Ja. Also. Es zippelt und es zappelt hier. Wir nehmen den jetzt einfach mal. Oh Leute. Es ekelt mich so an. Hinten sieht man noch die Schwanzflosse. Ja. Ich habe jetzt hier gar kein richtiges Brett oder so. Vielleicht kann man ja den Deckel einfach mal zur Hilfe nehmen. Boah. Puh. Also es erinnert mich komplett an meine verfaulten Eier von damals. So. Aber komm. Wo mein Vater hier ist. Geh einmal mit der Nase ran. Nimm einmal einen Zug. Ich finde es noch dichter. Ne. Okay. Ne. Ich will da jetzt nicht noch dichter dran. Hat das auch schon direkt vor mir. Das riecht total so nach... Ach, schwer zum Schreiben. Oh. Okay. Also. Für den Fall der Fälle. Ihr kennt ihn vielleicht noch. Es gibt ihn immer noch. Künstler bei der Arbeit. Der weltberühmte Kotzeimer. Vom allerersten 24 Stunden Stream. Und auch weitere verrückte Aufgaben. Okay. Ich stelle ihn mal hier so beiseite. Jetzt muss ich hier... Wir hätten ein Messer haben müssen, ne? Irgendwie. Wie soll man einen Fisch denn so... Und ich muss auch noch fünfmal drauf rumkauen. Sind das Greten? Das ist ja alles noch drin. So, das wäre jetzt hier so ein Stück T-Löffel größer. Ja, wir wollen es nicht übertreiben. Das reicht schon, ne? Oh, da sind da Greten. Das ist ja widerlich. Kann man die noch so ein bisschen entfernen? Oh, hier ist ja alles voller Greten. Kann man hier mitessen? Das macht es ja noch abartiger. Greten mit Haut und alles. Ich habe heute noch nichts gegessen, ne? Servus. Okay. Oh. Also, hier nochmal. Das ist jetzt der Löffel. Mit Greten. Oh Gott, mit Greten. Und fünfmal kauen, okay. Und dann komplett runterschlucken, ne? Ich habe auf dieses Kotzgefühl vielleicht keinen Bock. Und dann blendsmartreیں. Das ist ja, das ist ja, das sind. Jetzt haben wir uns Listening. Okay. 10. 12. 13. 15. 15. 16. 15. 16. 16. Ah, also hier ist jetzt nichts im Eimer, aber es wirkte gerade halt, ne? Also ganz, ganz salzig, im Mund natürlich vom Geschmack her nochmal ganz extrem. Ja, aber ich bestand, ne? Aber komplett. Enttäuschung für alle. Er hat's geschafft. Das war so nicht geplant. Nicht gespuckt, noch nicht. So gut. Und das Stück gegessen. Und jetzt ja, solltest du nicht noch irgendwas machen? Nur wenn ich komplett verliere. Es geht ja noch weiter. Da du ja Schiebsuppe bist, soll ich jetzt hier was trinken. Nee, hau, verpiss dich. Ich... Den kam direkt, der da. Nee, ich trink doch jetzt hier nicht die Suppe. Ja, weil dann kotzt sie auf jeden Fall. Ja, das machen wir jetzt nicht. Ey, wir können doch froh sein, dass ich jetzt hier nicht spucken musste. Oh, nee, das geht nicht. Das ist super... Oh, warum bist du denn so einer? Mit dir dreh ich doch nie wieder. Ja, ich bin ja froh, dass ich es geschafft habe überhaupt. So, erst mal ein Stückchen hinterher. Ja, es tut mir leid, dass ihr jetzt enttäuscht seid, ne? Ich habe weder gekotzt, noch habe ich die Aufgabe verweigert. Das heißt, er ist auf jeden Fall gewonnen. Und naja, schauen wir mal, wie es heute ausgeht. Einige Aufgaben warten ja noch auf mich. Weiter geht's. Stößeln. Stößeln. Ja. Ja. Digga, hau ab mit der Scheiße hier. Ich... Wenn ich das jetzt noch mache... Das ist für gar nichts, ist das. Für nix, wenn ich das jetzt trinke. Für einfach gar nichts. Oh, ey. Oh, ich... Ich hasse... Also... Ihr Format ist auch scheiße. Ich höre damit übrigens jetzt auf. Ich mache das nicht mehr mit. Du riskst hin. Mahlåhlllåhlláh. Ahhhhhhhh. Ich wette den Geschmack nicht loss. Alles so salzig und fischig im Mund. So, haben wir jetzt hier im Haus noch irgendjemanden, wo wir das in den Briefkasten kippen können? Ich muss kurz was hinterher spielen. Ist immer noch da. Ja, also entweder machen die anderen alle da extremes Theater. Ihhh, und dann kommt der Fischkram wieder hoch, so vom Geschmack, ja. Ist doch noch gut, da friere ich, das tupper ich ein, das tupper ich ein. Für schlechte Zeit, wenn ich wieder kein Geld habe. Das war jetzt richtig dumm. Jetzt ist das ja alles da reingelaufen, was noch am Resttropfen drin war. So, ihr habt es gesehen, ich habe es geschafft. Also hätte ich selber nicht mitgerechnet. Ich dachte wirklich, ich werde kotzen schon beim Dose öffnen. Da es ja auch in den ganzen anderen Videos immer so ist. Und ich bin ja nun hier kein, kein tougher Typ oder sowas. Ähm, ich bin dem Erbrechen eigentlich auch immer sehr, sehr nah, aber gut. Aus irgendwelchem Grund, aus irgendeinem Grund habe ich das geschafft. Keine Ahnung. Also ich musste weder noch vom Duft kotzen, weder noch vom Essen und auch nicht, als ich die Brühe getrunken habe. Liebe Grüße gehen noch mal raus an meinen Vater. Hashtag geiler Guni. So. Okay, ja. Das war also der Auszug. Wer noch mal Bock hat auf die gesamte Folge, kann ja mal oben hier auf die Infocard klicken. Dort findet ihr noch mal die gesamte Folge. Oder wer sagt, ich will alle Folgen von No Risk No Fun sehen, der hat auch noch mal dort die Möglichkeit auf die Playlist zu gehen von den ganzen Crazy Challenges. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich wieder live streame oder ein Video raushaue. Also bis dann. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.